Mittagspause bei Robotron, das kommt davon Geil, Kappernklöße. Also ich find's schon gut, dass es jetzt während der Spätschicht auch warmes Essen gibt. Also wisst ihr, das ist irgendwie nichts mit der rollenden Woche. Mir ist das einfach zu weit weg. Ich warte ja ewig auf dem Bus am Wochenende. Wenn ich da hier vom Randgebiet komme. Also ich find's schon praktisch, ne? Durch die Freizeit in der Woche springt mehr für den Haushalt raus. Und ich habe auch mehr Zeit für die Kinder tagsüber. Finde ich gut. Und vor allem finde ich das Food abends besser als mittags.